Kommen wir schon, bitte! Grüß euch, servus, ich bin der Arbett Starry Junior, der Juniorchef von der Starry The Family Company. Uns gibt es seit 1962. Wir haben 35 Mitarbeiter bei uns im Betrieb und wir suchen verstärkt im Dachsektor Mitarbeiter. Aber weiteres erzählt euch der Domi. Ah, endlich! Grüß euch, ich bin der Dominik. Ich bin seit 11 Jahren in der Firma Starry in Salzburg. Am besten wäre es, wenn du einen Beruf am Dach gelernt hättest. Aber auch als Gewehreinsteiger hast du die Möglichkeit, dass du bei uns weiterbilden kannst und aufsteigen kannst. Ich habe selbst vor 11 Jahren zum Lernen angefangen bei der Firma Starry und bin noch immer da. Da, was mir taugt, am Dach. Die Handschlagqualität zählt bei uns innerhalb der Firma. Egal ob Lehrbohr oder Chef, wir sind alles Kollegen. In dem Team und mit modernem Equipment, da macht die Arbeit einfach Spaß. Wenn du ein kleiner Tochter oder Spengler bist oder ein motivierter Gewehreinsteiger, dann klicke jetzt unten auf den Link und bewirte bei uns. Hallo? Wie ist das jetzt geht? Das würdest du fragen, was du jetzt sagst? Wie? Du machst